Hallo Freunde, ich bin Zerlicher. Wie in letzter Zeit schon öfters mal gesehen, kochen wir haben schon mal zusammen. Heute bin ich mal dran und ich habe mir gedacht, ich mache mal einen Chuck Sugar. Und gucken wir mal, da liegt alles, was wir brauchen. So, wer kennt Chuck Sugar? Wahrscheinlich alle. Das gibt nur eine kleine Portion, wird nur was für mich. Schöne, würzige Tomatensauce mit da drin gestocktem Ei, sag ich mal. Mal schauen, das wird bestimmt schmecken. Alles, was man dazu benötigt und auch ein bisschen mehr, so wie ich es halt mache. Mal sehen, was es wird. Okay, bis gleich. So, da parte ich mal ein paar Pappetawürfel, Zwiebel, Knoblauch. So, jetzt anbraten, an Schritten, Rohrdünnstuhl. Da war Nebel. So sieht das aus wie ein Anträgerkorb. Und sieht doch schon gut aus. So bevor das jetzt anfängt braun zu werden, machen wir mal Schadowski Spezialbischung drauf. Und graue hier ein Paprika. Das schön, das Öl das aufnimmt jetzt hier. Das duftet gleich mal. Noch ein bisschen mitrasten. Dann gleich noch ein bisschen Paprika noch abbrannt. Dann noch ein paar. Dann kommen die Tomade dazu. So. Na schön ein Schuss Wasser. Und jetzt muss das Ei kauen. Noch kein Salz dran, kommt später. Ich werde ein bisschen Fischsoße nehmen zum salzen. Und hier habe ich noch was spezielles. Tomami. Umami. Aus herzhaftem Würze. So das ist irgendwie so ein Tomatenkonzentrat. Sehr gut. Aber wie gesagt, das erst später. So. Müsst ihr nicht zugucken beim Köcheln. Das macht jetzt ganz alleine. Bis später. Abgeschmeckt mit Tomami. Rischsoße. Das muss jetzt 20 Minuten vor sich hin einköcheln. Und dann werden die Eier da reingeschlagen. Oben aufliegend. So ein bisschen so. Rein in so eine Kohle. Stolken und auf. Fertig. Schönes Brot dazu. Oben drauf ein paar. Würlingsrebel gestreut. Mal schauen. Okay. Bis später. Ich nehme euch mal kurz wieder raus jetzt. Ich nehme euch mal mit raus. Ich weiß nicht ob man es sieht aber. Der Mond strahlt voll da oben durch die Bäume. Damit nicht viele erkennen können. Aber sieht cool aus. Okay. Gehen wir wieder rein. Okay. Was wir jetzt machen müssen ist natürlich ein Geschmackstest. Ist nicht klar. Und? Leute wie sieht es aus? Ja. Ja. Super oder? Okay. Wir testen. Sieht heiß aus. Doch. Sehr gut. Gute Schärfe. Säure stimmt. Und vor allen Dingen leichte Süße. Ich habe ein bisschen braunen Zucker rein gemacht. Mhm. Super. Mhm. Sehr gut. Jetzt schlagen wir gleich mal die Eier rein. Dann melde ich mich wieder. So Freunde. Ich muss ja noch den Deckel aufmachen. Damit ihr seht wie es aussieht. Ich habe jetzt vier Eier rein geschlagen. Eins, zwei, drei, vier. Und für meinen Geschmack habe ich ein bisschen Parmesan drüber gestreut. Ich weiß nicht ob das so ist. Ist nicht original. Aber ich glaube das wird schmecken. Ja. Wir sehen uns gleich mal beim Essen. Mal gucken was wird. Ich muss jetzt mal vorsichtig hinstocken. Das dauert mal so 20 Minuten. Und dazu ein Küchenwein. Prost. Appleboy. Wir sind ja in Hessen. Da sieht doch das besser aus. Mal gucken ob schon was stockt hier. Ne. Das wird. Und das duftet. Das ist spicy glaube ich. So Freunde müssen fertig im Essen. Es war super lecker. Ein Tick zu scharf vielleicht. Und jetzt kommt die Pflicht. Nach der Pflicht kommt die Kür. Da 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 da. Gespült werden muss auch immer leider nach dem Essen. Hilft ja alles nix. Aber gut. Ich kann das Gericht nur empfehlen. Ich habe es einfach so nach Freischnauze gekocht. Das werde ich wahrscheinlich nie wieder so hinkriegen. Aber erstmal lecker. Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.